Prozent Hallo meine Freunde kommt ja noch wieder von Skill-I-O wir spielen heute GTA Fortnite ich musste jetzt nochmal nochmal irgendwie man in die hat sich aufgehangen mit YouTube also hat YouTube aufgehangen ja wir spielen Fortnite mal wieder also schon lange her wenn wir mit irgendwas wollen ja geile Halle ja bleibe von Bellpotten öfter haben keine Bellpotten dann ist nur noch 28 Tage boah das ist so scheiße das nur wenig ist ja wir ja ja nur hoffentlich hängt es nicht so wieder auf weil das das echt scheiße ne ich vergesse den Kanal abonniere und den Daumen hoch klar jetzt muss ich nicht vergessen wenn ihr mehr mal gesehen wollt ne okay und muss ich nicht mehr nehmen hin 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 Ich habe schon den Bus gehört. Auch ein bisschen kleines mehr. Ich habe schon den Bus gehört. mal hier erstes standort die pks die wir gehört haben das war mal ein bug bestimmt haben die das deswegen weil das sieht das doch richtig geil aus dieser px Prozent Prozent ich will spielen Vielen Dank. ich hab keine Waffen gemacht und vielleicht manchmal andere Videos oder mal DQ2 oder das ist mit Black Fleck das ist mit Black Fleck Tausend. Oh Gott, sind das viele. Ich hab geworben. Ich hab den Scheiß dran. Boah, ist heller Woden. Oh Mann, hab ich auch nicht. Oh, Herr Woden. Oh, Herr Woden. Oh, Herr Woden. um wenn ihr das liegt an 4 viel schneller runter, warte, ich wusste nicht mehr, einfach, äh, äh, digga, digga, wie viel drücken, wie viel, digga, ist klar, digga, ein HP, ist klar, digga, ist klar, so stark ist die Wache überhaupt nicht, jetzt weiß ich auch, äh, beide nicht, dass die Wache nicht so stark ist, aber ein HP, äh, ne, ein HP, wie ist das möglich, ich, hö, letzte aufgezeichnende Start, boah, an dem, ich glaube, ist ja auch der LZM, okay, also, ich komme auf meinen, auf meinen, oh, wie schön, meine Kau, oh, 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 ich denke, die stört, hängt nicht mehr auf, ja, wieist du, wieist du mit dem ich kann Arif ich bin hat die Bussin innen betrachten sie recht ich gehe an Ich hab ja auch ein bisschen kaputt gehabt, Bruder, aus diesem Freund, der ist zu anderen, aber meiner war noch schlimmer, neben dem anderen würde ich nichts drauf tun, da verkehrt sich doch. Und bei dem ist man drüber, weiß ich. Sexy, Wacko. Ego, die sollte zweimal, also gebaut, hier ein Ego. Äh, die Mini ist mir so dran, ist die Dinger. Ego. Ego. Wie sieht's aus? Ja, ja. In der Hals. In der Hals. Wir haben die Hals in der Hals. Nee. Und das ist ein bisschen. Nee. Von wo? Ja. Und ich dachte dann, das wäre so ein anderer Dinger. Ich hab mich so erzählen lassen jetzt. Dinger! So ein abschauender Loser, oder? Dinger, wo ist der? Nö, ich halte mich hier einfach. Woo! You, You, You. Ja, 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 ja. Ja, das ist ein Zwei-Spieler, das ist klar. Und der spielt so scheiße auch noch. Wie viel scheiße der ist! Zwei-Spieler, der hab ich bestimmt da kaum gekauft. Ich muss mal. Ich mag mich zwar nicht holen, aber. Wo kann ich denn da? Ich kann es nicht holen. Ich kann es nicht holen, oder? Ich kann es nicht holen, oder? Ich kann es nicht holen. Gut, ey, ey. Ja, ist das die Töpfe, äh, Kostnüfer, Franz, ne, Battle Pass. Mann, ich will mir den holen, ich will mir den holen. Battle Pass plus 25 Stufen wäre für mich jetzt. Da! Geil! Äh, ja, das war jetzt das Video gesehen rein. Ja, an die beiden von Sese lasst ihr einen Daumen hoch da. Ciao! Oh, scheiße. Ciao! Ja! 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 Ja!